Wir können auf jeden Fall herausfinden, wo Büschi ist, gell? Ich habe Büschi sein Dinges geknackt, sein Handy, und jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo der ist, gell? Ich habe Google Earth, gell, habe ich dir eingegeben, gell? Sag mal, hast du Google Earth? Na klar, ich bin Google Earth. Ich bin völlig auf dem Computer. Jetzt kommt, ich zeig dir mal Google Earth, gell? Zeig mal ja. So, ja, das ist Google Earth, gell? Das ist Computer, neue Technik, gell? Das ist ja genial. Ähm, Luftausnahme von Leutzer Klein, gell? Guck mal, da blinkt's doch, da ist er doch. Nee, das, 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 das erkennt nur. Ach nee, das war ein Streifenwagen, sorry. Warte mal, ich glaube, da fährt hier gerade, na, die Brücke gibt's doch nicht, da guck ich aus, ist nicht ganz so aktuell, gell? Na, jedenfalls hier, irgendwo, da schwimmt er rum, gell? Ah, hier, Büschi, ich seh dich. Ja, da ist er! Okay, guck hier was, das ist schon Modale auf Hindu, gell? Ja, da ist er, da ist es so ein bisschen rΣ, an dem einem Ja. Vielen Dank.